Gestern Abend hat sie ihre Stimme jedenfalls noch ordentlich geölt. Madonna auf Tee-Tour in Berlin. Mit vier Luxuslimousinen verlässt sie zum ersten Mal ihr Berliner Hotel. Der Pop-Queen gelüstet es nach einem gemütlichen Tee-Kränzchen. Das Ziel Berlins Inbar Adermann. Der Wirt ist baff, als Madonna plötzlich in der Tür steht und einen ganz ordinären Pfefferminztee bestellt. Sie ist ja mit einem dicken Mercedes hier vorgefahren. Dann sind vier, fünf Leute ausgestiegen. Und erst als sie hier drin war, habe ich bemerkt, dass es eben Madonna ist. Sie war ganz natürlich gewesen, absolut keinen Hut auf gehabt. Ganz normal. Im Moment ist Madonna wieder auf ihrem Hotelzimmer. In anderthalb Stunden geht das Konzert los. Und bei der anschließenden Party hoffen alle, dass es nicht nur Tee gibt. Und das war's für heute. Mehr morgen um halb.